Der Held ist zurückgekehrt. Der Held, der die drei Eigenschaften hat, die jeder Held besitzen muss. Erstens. Mut. Oh Gott. Scheiße, was ist das? Okay, zurück zum Auto. Zurück zum Auto. Schneller zurück zum Auto. So, ich kann nicht mit Interagten. Zweitens. Durchhaltevermögen. Ich brauche echt eine Pause. Drittens. Wissen. Gab es denn nicht auch einen Tauboger? Also Taubst du die Tauboger? Nein, es gibt es davor. In der Geldmedizin, wenn ich mich nicht täusche, im Vertanierfall gibt es einen Tauboger. Ich habe damals eins gefangen. Tauboger nicht. Doch, Tauboger. Ich kann ja mal gucken. In der originalen gelben Edition, ja. Eigentlich schon. Muss ich auch mal gucken. Dieser Held ist nun zurück. Und er begrüßt euch mit einem wunderschönen... ...Panierlo, hier ist der SuicideCast und willkommen zurück. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 ... ...